Nichts ist besser als Cat Noir und Ladybug. Und deshalb gibt's jetzt den Miraculous Superfan-Tag. Bist du bereit? Für alle Ladybug und Cat Noir-Fans. Nicht verpassen, die besten Miraculous-Abenteuer den ganzen Tag lang. Trotzdem fehlt noch irgendwas. Genau, denn obendrauf... Das ist das Sahnehäubchen. ...gibt's eine brandneue Folge. Natürlich. Wir sehen uns. Der Miraculous Superfan-Tag am 23. Oktober im Disney Channel. Wir sehen uns.